Grüß dich, das ist der Maggi, das ist der Flo und bei unserem Bier und Grill Event erlebst du unvergessliche Röhrenmomente. Zu jedem Grillgang wird ein speziell ausgewähltes Bier verköstigt. Den Anfang machen wir mit einem Bratwurst-Tasting, das keine Wünsche offen lässt. Egal ob Rind, Ziege, Schaf, Schwein oder was für ein Wildschwein, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Anschließend widmen wir uns den saftigen Burgern, die direkt von der heißen Feuerplatte kommen. Jeder Bissen, ein echtes Erlebnis. Zu jeder dieser Kreationen habe ich dir das passende Bier ausgewählt. Lass dich überraschen, wie harmonisch sich die Aromen ergänzen und das Geschmackserlebnis auf ein neues Level gehoben wird. Doch das war erst der Anfang. Weiter geht's mit dem knusprig, zart gegrillten Schweinebauch, der auf der Zunge zergeht. Geil! Um den ganzen noch eins drauf zu setzen, gibt's Premium Cuts vom Röhner Weiderind. Egal ob T-Bone, Filet, Rumsteak oder das Hanging Tender. Alles perfekt auf dem Punkt gegrillt. Auch hier darf das passende Bier natürlich nicht fehlen. Abschließend servieren wir traditionell zubereitete Schaschlik vom Holzkohlegrill. Wir freuen uns darauf, mit dir diesen besonderen Abend zu verbringen, bei dem Grillen und Bier eine perfekte Symbiose eingehen. Lasst uns gemeinsam genießen und den Geschmack der Rhön auf eine ganz besondere Art erleben.